Gar keine Frage, gestern wurde wirklich Börsengeschichte geschrieben und es ist geradezu ein Treppenwitz dieser Börsengeschichte, dass vor allem jene Werte stark gefallen sind, nämlich die großen Tech-Werte, die zuvor so stark auch von dieser Erwartung sinkender Zinsen profitiert haben. Und dann sehen wir, dass die Inflation deutlich niedriger ist als erwartet, sogar negativ zum Vormonat. Und was passiert? Die Tech-Aktien fallen ziemlich massiv, nämlich so stark wie seit Oktober nicht mehr, während gleichzeitig wir sehen, dass Gold eine Rallye macht und Gold natürlich jetzt ein ziemlich cooles Umfeld hat. Wir haben eine deutlich sich abschwächende Wirtschaft, das wird auch durch diese niedriger ausgefallenen Inflationsdaten eigentlich nochmal bestätigt. Wir haben gleichzeitig eine massiv gestiegene und weiter steigende Verschuldung und all das bei sinkenden Zinsen klingt ziemlich sexy für Gold. Auf der anderen Seite sehen wir, dass gestern nicht nur der Nasdaq abverkauft wurde, sondern vor allem Sachen massiv gestiegen sind, die man als Junk bezeichnen könnte, die man also als schlechteste Qualität an Aktien bezeichnen könnte. Und diese Aktien sind vorher nicht zufälligerweise nicht gut gelaufen, gestern aber massiv gestiegen, auch weil es einen Short Squeeze gegeben hat. Denn die sich verschlechternde Wirtschaft wird besonders perspektivisch diese schwachen Aktien und schwachen Firmen treffen. Dementsprechend halte ich diese Junk Rallye bei vielen Small Cap Stocks für nicht gerechtfertigt, sondern ist praktisch Mechanik. Aber schauen wir uns das Börsengeschichtliche mal an. Wir haben wie gesagt Nasdaq 100 größter Fall seit Oktober. Das was vorher zulegen konnte, hat verloren. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Dollar, große Aktien, Gross, Nasdaq 100, Apple, die großen Tech Firmen, wie sie alle heißen. Und das was vorher verloren hatte, Regionalbanken, Small Caps, Immobilienaktien, der Yen, Long Duration und so weiter. Das hat deutlich zulegen können. Das ist das Muster. Hier sehen wir mal diese Aktien, die besonders auf die Mütze bekommen haben. Und wir haben wirklich Börsengeschichte erlebt, weil wir haben etwa das Verhältnis von steigenden zu fallenden Aktien gestern 5 zu 1 gehabt. Und dennoch ist der S&P 500 0,88 Prozent im Minus. Das hat es so noch nicht gegeben. Hier hat sich jemand mal die Mühe gemacht und geguckt, wo war denn was ähnliches. Und wir haben sechs Vorfälle in der Geschichte, wo zumindest der S&P um 0,75 Prozent gefallen ist. Aber nichts in der Dimension börsengeschichtlich wie das, was wir gestern gesehen haben. Die Magnificent Seven Aktien mal eben 600 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Und der S&P 500, der von den Schwergewichten, die Tech-Schwergewichten nach unten gezogen wurde, war praktisch 50 Prozent über seinem 200-Tages-Durchschnitt. Das ist natürlich auch sehr, sehr sportlich. Aber kommen wir erst mal zu dieser Zinsfrage. Und das ist eben das, was vielleicht die einen oder anderen verunsichert hat. Ja, wenn jetzt die Inflation so stark fällt, dann ist das vielleicht auch nicht wirklich ein gutes Zeichen für die Wirtschaft. Da könnte ein Problem existieren. Unten sehen wir mal die erste Zinssenkung 18.09. 84,8 Prozent. Danach schon 7.11. auch 52 Prozent und so weiter. Also man erwartet aktuell drei Zinssenkungen. Noch eine im Dezember. Jetzt allerdings stellt sich die Frage, ja, was heißt es denn, wenn die Wirtschaft abschwingt? Dann könnte es auch eben für die Earnings der Unternehmen, für die Umsätze der Unternehmen auch schwieriger werden. Und dennoch sehen wir, wenn wir uns ein paar Inflationsparameter mal anschauen, die sind ja auch massiv hoch. Rechts mal hier aufgelistet von Medical Care über Kleidung, über diese Dinge, Food at Home, neue Autos und so weiter. Die gestern, oder wie die gestrigen Daten gezeigt haben, sind ja vor allem neue und gebrauchte Wagen stark gefallen. Aber Gas Utilities plus 37 Prozent, also die Inflation ist nicht weg. Die ist ja halt massiv gestiegen und jetzt, weil eben die Teuerung so massiv war, ist es natürlich schwieriger, da nochmal die Latte noch höher zu legen. Aber in der Summe, und das sehen wir auch am Bloomberg Economic Surprise Index, bei dem ja die niedrigeren Inflationsdaten auch als negative Überraschungen mit einfließen. Hier sehen wir, wie stark es hier derzeit nach unten geht für die US-Wirtschaft. Kein Wunder, die Amerikaner haben ihre Ersparnisse verpasst, die sie in Corona hatten. Und hier sehen wir mal, was müsste denn passieren, dass die Inflation beim 2-Prozent-Ziel der FED ist. Da müsste es maximal einen Anstieg pro Monat von 0,1 Prozent zum Vormonat geben bei der Inflation. Okay, wir haben jetzt gestern minus 0,1 Prozent gehabt, den Monat davor 0,0, aber davor hatten wir immer 0,3 oder 0,4. Wenn wir das Ganze mal im Durchschnitt rechnen, sind wir immer noch etwa bei 0,2 und ein paar zerquetschten. Also so ganz einfach wird das nicht. Wir werden sehen, wie die Entwicklung weiter ist. Fitch sagt jetzt also, da braucht es mindestens noch eine gute Inflationszahl, damit die FED dann wirklich sich überlegt, im September vielleicht die Zinsen zu senken. Gestern hat sich Madame Vogue Daily von der San Francisco FED, die ja so vogue ist, dass sie verpennt hat, dass ihre Banken in Kalifornien, für die sie aufsichtsrechtlich zuständig ist, pleite gingen. Und sie sagt, ja, so wie sich die Wirtschaft entwickelt, könnten Zinssenkungen warranted sein, also angemessen. Und sie sagt ja auch, der Verweis von FED-Chef Paul auf den Arbeitsmarkt ist a big communication signal. Also die ist dafür, die Zinsen zu senken, aber es dürfte so sein, wie dieser Twitter-Kommentator, nämlich Spencer Hakeemian, wenn ihr sagt, Paul wird wahrscheinlich warten auf Jackson Hole im August, ist das ja immer dieses Notenbanker-Treffen, wo er dann wahrscheinlich signalisiert, im September könnten die Zinsen sinken. Dennoch der US-Konsument, schauen wir uns das mal an, US Consumers Assessment of the Financial Situation. Und da sehen wir, dass die Amerikaner ihre Finanzsituation so schlecht wie seit 2022 nicht mehr beurteilen. Nur 26% sagen, meine Situation ist besser als vor einem Jahr, das ist der zweitschlechteste Wert seit 2012. Das heißt, wir haben ein Riesengap, nach wie vor, obwohl die US-Konjunkturdaten jetzt immer schlechter geworden sind, zwischen dem, was die Leute wahrnehmen und dem, was die offiziellen Daten zeigen. Jetzt ist die Frage, haben die Leute eine falsche Wahrnehmung oder sind die offiziellen Daten falsch? Bei den US-Arbeitsmarktkarten ist für mich die Antwort relativ eindeutig, auch gestern, diese Seasonal Adjustments etwa bei den Energiepreisen, die angeblich gefallen sein sollen, unadjustiert jedoch gestiegen wären. However, also das ist die Situation. Jetzt gucken wir uns aber mal an, wir haben also eine offenkundig abschwächende Wirtschaft. Die ganz klare Schwächezeichen sind und dennoch sind gestern innerhalb des Russell 2000, innerhalb dieses Nebenwerteindex, diejenigen Aktien gestiegen, die schlecht sind, die eine schlechte Bilanz oder deren Unternehmen eine schlechte Bilanzqualität hat. Wir sehen hier Low Quality Continues to Outperform the Profitable Small Caps, also die, die Verluste machen, die sind gestern besser gelaufen als die Firmen, die sozusagen Gewinne machen. Und hier sehen wir, das war sozusagen eine totale Umkehrung dessen, was bisher schlecht gelaufen ist. Das ist gestern durchschnittlich um 3,3% gestiegen und das, was am besten gelaufen ist im Russell 1000, das hat 0,4% verloren. Wir haben jetzt die größte Outperformance des Russell 2000 gegenüber dem Nasdaq Ever. Und Ever ist eine lange Zeit, das ist eine sogenannte 6 Sigma Abweichung, also eine 6 Standard Abweichung. Die dürfte alle ein paar hunderttausend Jahre mal vorkommen, kommt aber dann doch offenkundig einmal vor. Und das zeigt hier, wie extrem diese ganze Geschichte ist. Hatten wir einmal vorher noch krasser, aber wir sehen, dass dann plötzlich die Call-Volumina bei den Optionen deutlich gestiegen sind. Das heißt, hier haben Optionsmärkte eine Rolle gespielt. Und wir sehen auch gleich, dass Hedge Funds vor allem Short waren in Nebenwerteaktien oder in Nebenwerteindex und Long waren in den großen Tech-Bereichen. Und das war natürlich gestern der maximale Schmerztrade. Da, wo die Hedge Funds so lange Long waren und was ja auch gut gelaufen ist, fielen die Kurse. Und da, wo sie Short waren, da stiegen die Kurse. Jetzt schauen wir uns mal eben die Nebenwerte an, also diesen Russell 2000, die Aktien, die gestern gestiegen sind. Und hier sehen wir mal den Russell 2000, da sehen wir, wie schlecht die Qualität hier ist. Large Caps, die haben natürlich viel bessere Earnings. Faktisch, in der Summe machen die Russell 2000 Indexmitglieder Verlust. Etwa 40% machen Verlust, 60% nicht. Aber diese 40% machen so viel Verlust, dass es den 60%, die keinen Verlust machen, überkompensiert. Das zeigt die Junk-Qualität. Dazu gehört auch gestern die massive Rally unter großem Volumen bei Home-Bilder-Aktien, also Hausbauer-Aktien. Monster-Volume. Aber gestern zum Beispiel Interview von dem Chef von Redfin, der Immobilienplattform schlechthin, kann man sagen, in den USA. Der sagt, wir sehen massive Preissenkungen am Hausmarkt. Homes getting delisted because they can sell. Die Häuser sind unverkäuflich. Dann werden die rausgenommen aus den Anzeigen, weil es schlichtweg nicht klappt. Das heißt, wir sehen massive Probleme bereits am Hausmarkt. Aber die Home-Bilder-Aktien steigen eben in der Hoffnung auf sinkende Zinsen. Hier sehen wir, dass diese Extremereignisse gestern übrigens auch auf ein Extremereignis gefallen sind, das mich noch sehr gut erinnern kann. Nämlich als Öl damals auf 147,25 Dollar stieg, damit ein absolutes Hoch erreichte. Ich selber habe damals auch ziemlich gekotzt, weil ich short war in Öl. Dann ist Öl auch für 30 Dollar gefallen damals oder im Gefolge dann der Finanzkrise. Also hat sich gefünftelt, kann man sagen. Und all das ist gestern oder ist am 11. Juli 2008 passiert. Also ein Jahrestag oder ein Tag im Jahr, der irgendwie Börsengeschichte aufzuschreiben scheint, da besonders affine ist, Börsengeschichte zu schreiben. Wir haben gestern in diesem gesamten Bullenmarkt, den wir jetzt haben, wenn es dann wirklich einer ist, haben wir die beste Marktbreite, die wir bisher in diesen Markten gesehen haben seit Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Nein, möglicherweise ist das der Abschluss eben des Bullenmarktes, dass es dann nochmal so eine Entwicklung gibt. Und hier sehen wir diese Short Bats, gerade von Heads Funds. Also die sind gegrillt worden auf der Short Seite bei den Nebenwerten und gegrillt worden auf der anderen Seite in die Zange genommen worden durch fallende Big Tech Aktien. Was haben wir noch? Ja, diese Big Tech Aktien, die sind natürlich immer teurer geworden, weil die Euphorie immer größer wurde, weil die Erwartung immer größer wurde. Wir haben jetzt Price Earnings Ratio, 12 Monats Price Earnings Ratio, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, 33. Das ist eine massive Steigerung in relativ kurzer Zeit und irgendwann ist eben auch gut, wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen, wie geht es heute weiter. Wir haben ja gestern wieder dieses Bearish Engulfing gesehen, also diese bearische Kerze, die komplett die Vortagesgewinne praktisch zerstört. Wir hatten ein RSI über 80 im täglichen, wir hatten vier Aufwärts-Gaps hintereinander, waren auf dem Weg, dass wir zehn positive Wochen machen von den letzten elf. Jetzt haben wir gesehen, dass drei dieser vier letzten Bearish Engulfing-Kerzen wieder sozusagen mit einer grünen Kerze beantwortet wurde. Wird das diesmal so sein, wir hatten gestern ja den neunschwächsten Tag und den zehn besten Press seit den letzten Jahren und das rangiert in der 99. Perzentile dessen, was börsengeschichtlich der Fall ist und hier sehen wir mal dieses Dealer-Gamma-Exposure, also die Optionsverkäufer, die faktisch hier gegen die Kunden wetten, die Optionen kaufen. Die kaufen meistens Calls, wetten auf steigende Kurse. Die sind also massiv gehedged, indem sie das Underline kaufen mussten und das ist natürlich jetzt ein Faktor, der eine große Rolle spielt. Gestern übrigens dürfte beschlossen, oder das wird sich wohl durchsetzen, dass Government Officials, Kongressabgeordnete und Regierungsmitglieder nicht mehr handeln dürfen an den Märkten. Das wird eine schmerzhafte Nachricht für Nancy Pelosi und andere sein. Und die müssen wir möglicherweise sogar jetzt ihre Positionen verkaufen. Da gab es ja auch selbst bei FED-Mitgliedern solche Geschichten. Und apropos Politik, ich sage schon Donald Trump, Biden gestern wieder mit zwei echt heftigen Fauxpas. Er sagte, ich habe Vizepräsident Trump als Vizepräsident genommen, weil ich denke, dass sie als Vizepräsident sehr qualifiziert ist. Natürlich meinte er Kamala Harris und nicht Trump. Dann hat er zu Zelensky Putin gesagt, also das alles ist sozusagen nicht mehr unter einen Hut zu bringen. Hier sehen wir, wie Putin und Trump sich unterhalten. Rechts unten in der Mitte, rechts sehen wir Kamala Trump. Die Mischung also aus diesen beiden Vizepräsidenten Trump und Kamala Harris, da ist natürlich viel Spott jetzt im Netz der Fall. Das zeigt einmal mehr, dass die Demokraten jetzt handeln müssen. Und mehr als Dutzende von demokratischen Abgeordneten wollen heute einen Brief veröffentlichen, in dem sie Biden dazu auffordern, jetzt beiseite zu treten als Kanzlerkandidat. Und all das in einer Situation, wo dadurch dann eine Präsidentschaft von Trump wahrscheinlicher wird. Wir sehen mal, was der gute Mann da schon ausgegeben hat. Klar war Corona, aber das war anfangs bei Biden auch so. Und wir sehen also, der ist jetzt mit Sicherheit kein Sparfuchs-Sitternet, was also die Einnahmesituation verschlechtern würde. Gleichzeitig wird er wahrscheinlich nicht weniger, sondern eher mehr Geld ausgeben. Inflation anheizen, Zölle, Migrantenabschiebung, Zinssenkungen durch die FED erzwingen etc. Ein fast ideales Umfeld, denke ich auch, wie Peter Schiff es hier formuliert. Denn niedrigere Inflation rechtfertigt jetzt aus Sicht der FED eben Zinssenkungen. Das wiederum wird die Inflation anheizen. Das wiederum spielt Gold. Das ist das Interessante. Und hier sehen wir mal dieses riesige Gap zwischen Gold, das gestern ja massiv gestiegen ist oder deutlich gestiegen ist, und den Goldminenaktien. Also auch das könnte hier Interessantes sein. Zumal, wenn wir uns die neuesten Verschuldungshiobsbotschaften anschauen. Jetzt ist das Defizit der Amerikaner auf 1,27 Billionen im Fiskaljahr jetzt gestiegen. Im Juni alleine musste man 140 Milliarden Dollar zahlen. In den ersten neun Monaten insgesamt 868 Milliarden Dollar. Und diese 140 Milliarden Dollar sind schon mal alleine. 30 Prozent der gesamten Steuereinnahmen gehen jetzt also für Zinszahlungen drauf. Auch für den US-Haushalt muss man sich vorstellen und das Ganze dürfte noch krasser werden. Bis April 2025 dürfte all das weiter noch nach oben gehen. Es ist ein Drama und heute wird interessant, auch was uns die Banken vor allem über die Konsumenten zu erzählen haben. Wir haben ja heute JP Morgan, Wells Fargo und Cd Group, die berichten. Wir berichten da auch bei Finanzmarktwelt drüber. Aber wir sehen, dass die großen Banken bisher gut performen konnten, recht gut performen konnten, wenngleich auch schwächer als der S&P 500. Aber die Regionalbanken, die gestern so massiv gestiegen waren, die sind eben ganz schwach auf der Brust. Abschließend zwei Empfehlungen. Diese Rotation, die die Tech-Aktien hart trifft, ist das die Trendwende. Fragezeichen, hier Indizien und Gegenargumente gerne weiterempfehlen über Social Media. Und die zweite und letzte Empfehlung, das ist Gold, der Goldpreis über 2400 Dollar. Die Goldhändler setzen auf die FED, heute ja noch wichtig, die Erzeugerpreise 14,30 und dann Verbrauchervertrauen Michigan, vor allem die Inflationserwartungen der Konsumenten da. Also diese beiden Empfehlungen, jetzt sage ich erst einmal Servus, Ciao.